Hallo zusammen, der heutige Tanz heißt Devil in a Dress. Es ist ein Intermediate Line Dance mit 48 Counts, zwei Restarts und einer Brücke. Wir starten zunächst mit der Trockenübung. Mit rechts einen Schritt zur Seite. Side. Zwei Syncopated Sailor Steps. Sailor Step, Sailor Step. Danach ein Behind mit einem Sweep, einen weiteren Behind, ein Triple Turn, links, rechts herum und einen Shuffle nach vorn. Mit den Zahlen. Eins, zwei und drei und vier und fünf, sechs, sieben, acht und eins. Das nächste Achterpäckchen startet mit einem Step Turn, ein Halb. Step Turn, ein Halb. Danach ein Triple Turn mit voller Umdrehung. Triple Turn. Ups, jetzt kommt ein leicht abgewandelter Rocking Chair. Rock Step. Dann mit einem Sweep nach hinten in den Sit und wieder vorne drauf. Mit den Zahlen. Wir hatten acht und eins. Zwo, drei, vier und fünf. Sechs, sieben, acht, eins. Das nächste Päckchen, ein Rock Step, ein Side Rock und ein Behind Side Cross. Behind Side Cross, Side. Und mit einem Sailor Cross jetzt eine halbe Umdrehung. Sailor Cross. Mit den Zahlen, jetzt muss ich gerade nochmal zählen. Acht und eins. Hoch, drei, vier und fünf. Sechs, sieben, acht, eins. Genau, mit zwei geht es weiter. Zwei und drei und vier und fünf. Sechs, sieben, acht und eins. Die Stelle vielleicht nochmal, weil ich sie eben nicht vollständig korrekt vorgemacht habe. Das heißt, wir hatten den Rocking Chair. Rock Step, Side Rock, Behind Side Cross. Side Sailor Cross, Side Cross. Und hier kann man so ein kleines Posing einbauen auf eins. Nach dem Cross Side Cross geht es in die Richtung, in die Diagonale weiter. Step, Locking, vor, Step, Turn, wieder in die andere Diagonale rein. Jetzt drehen wir uns auf die Sechs-Uhr-Wand und machen einen Back-Roll. Okay. Wir hatten Behind Side Cross Side. Wir haben acht und eins den Sailor gehabt. Sailor Cross Side Cross. Acht und eins. Eins, zwei, geht in die Diagonale. Drei und vier ist der Shuffle in die Diagonale. Fünf, sechs, ein Step-Turn, ein Halb in die andere Diagonale. Auf sieben drehen wir uns auf sechs Uhr. Und acht und ist der Back-Roll. Jetzt kommen, ja, sozusagen Paddle-Turns. Und zwar drehen wir jetzt ein Halb mit den Paddle-Turns. Paddle-Turn, Paddle-Turn, Paddle-Öh, Side, Back, Rock. Das gleiche zurück. Paddle, Paddle, Side, Back, Rock. Mit den Zahlen, wir kamen an mit acht und eins, zwei, drei, vier und fünf, sechs, sieben, acht und. Die letzten acht sind ein Rock-Step, Rock-Step, Back mit Sweep, Back. Ein zweiter Sweep, Behind Side Cross, Behind Side Cross. Touch, drauf, zurück, Behind Side. Und wenn wir jetzt wieder zur Seite gehen, sind wir wieder bei eins. Okay, wir hatten den Acht und. Eins, zwei, drei, vier und fünf und sechs, sieben, acht und eins. Und hier geht der Tanz wieder von vorne los. Einmal komplett, am Stück durch, in Worten und in Zahlen. Side, Sailor, Step, Sailor, Step, Behind, Sweep, Behind, Turn, Lock, King, Fork. Step, Step, Turn, Rock, Step, Side, Rock, Behind, Side, Cross, Side, Sailor, Cross, Side, Cross, Step, Lock, King, Fork, Step, Turn, Turn, Back, Rock, Side, 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 Side. Back, Rock, Paddle, 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 Side, Back, Rock, Rock, Step, Sweep, Behind, Side, Cross, Touch, drauf, rück, Behind, Side, eins. Mit Zahlen. Eins, zwei und drei und vier und fünf. Sechs, sechs, sieben, acht und eins. Zwo, drei, vier und fünf. Sechs, sieben, acht, eins. Zwo und drei und vier und fünf. Sechs, sieben, acht und eins. Zwo, drei und vier, fünf, sechs, sieben, acht und eins. Zwei und drei, vier und fünf und sechs und sieben, acht und eins. Zwo, drei, vier und fünf und sechs, sieben, acht und eins. Ja, Restart, beide Male auf sechs Uhr und zwar von der Kombination her, wo ist der Restart? Ihr habt den Sailor, Cross, Side, Cross, Step, Lock, King, Fork, Step, Turn, Back, Back, Rock. So, und an der Stelle Restart, Side, Sailor, Sailor. Zweimal auf sechs Uhr in der, ich meine dritten und fünften Runde. Ich schaue gerade noch mal. Genau, in der dritten und in der fünften Runde. So, dann habt ihr hier auf drei Uhr die Brücke. Und zwar in diesem, ja, abgewandelten Rocking Chair mit dem Sit. Ihr habt den Rock Step, den Sweep Back in den Sit und hier beginnt jetzt über vier Kauens die Brücke. Das heißt, eins, zwei, drei, vier und dann geht der Tanz weiter. Step, das heißt, der Rocking Chair wurde unterbrochen. Rocking Chair, normalerweise Rock Step und Back Rock. Der Back geht ja in den Sit und wenn ich jetzt im Back unterbreche mit der Brücke, drei, vier, dann ist der Vorwärtsschritt quasi das Ende von dem Rock Step und dann können wir wieder in den Tanz einsteigen und ihn fortsetzen. Ja, der Tanz macht super viel Spaß. Langsam erklären, stelle ich gerade fest, unglaublich schwierig. Flüssig erklären, tanzen, alles in Ordnung. Ich hoffe, ich konnte ihn trotzdem noch herzlich so nützlich rüberbringen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Tschüss. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Musik 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 Musik